ähm es ist so dass bojo was war das denn jetzt hallo zusammen was ist los bei dir ich wollte dir eine Frage machen okay hallo hallo willkommen zurück zu attack of the youtube team in der letzten folge haben wir ein bisschen die höhle bei mir erkundet und ich werde das ganze jetzt mal verarbeiten um da mal so ein bisschen werkkrams rauszubekommen werkzeug ja meine ich zwei öfen sind auch zu wenig eigentlich naja dann mach mir noch ein hallo mega geleckt ich habe bei dir geleckt ja du hast gesagt zwei ö ö ö sind auch zu wenig ah ich sehe hier gerade ähm warte mal martin ich muss grad was sagen ja und zwar ähm es ist so in der letzten folge ja ähm es ist so dass bojo was war das denn jetzt hallo in der letzten folge ich wollte aufnehmen also ich habe aufgenommen und dann ist mein pc black screen hatte ich und deswegen ist keine folge also deswegen habe ich jetzt 18 minuten sind jetzt sozusagen weg ja dann bist du ein schlechter youtuber ey mann ach scheiße ich habe ja schon eine kiste of oh fuck was mache ich denn hier das ist der karte kohlelein ich gebe der redstone toll was bereisen okay ich gebe dir eisen 1 stack kohle 1 stack eisen 1 stack kohle habe ich noch nicht mal alter wie viel hast du ich habe 13 davon wollte ich aber jetzt nicht so viel weg machen ja dann machst du mir kannst du mir vielleicht zehn fackeln machen dann kriegst du 20 eisen oder so äh ja also so äh nicht zehn fackeln sondern halt für die hälfte fackeln weil ich musste mein grundstück also fünf fackeln nein mehr oder ich mach dir einfach so äh ich hab dir 26 ich hab 26 fackeln jetzt für dich ist das so rechtens der herr ja dann ja sehr schön so ich komme kommst du mein eisen rein bist du bei meinem grundstück nein warum sollte ich bei deinem grundstück meine ja gut dann kommen wir zu meinem bitte auf fuhr auf fuhr auf fuhr also das ist jetzt hier der das ist mein grundstück der grundriss davon auf jeden fall ich komme gleich das erst mal was futtern da drunter muss noch was hin und hier drüber natürlich auch nur das war eine zeit die stoffe die schon hatte bojo alter zweifel war das ist gelät es eigentlich alles am server freshlack und blau paul ja natürlich natürlich wo bist du ich bin bei meinem grundstück unten ja da kann man nicht runter springen ich habe gedacht das wäre wasser aber kann man leider nicht bis hier oben ach da bist du hallo äh kannst du mal deine fackeln das ist mein grundstück setz mal die fackeln bitte so hin dass ihr keine monster spawnen wäre ganz cool ja martin auch doch ab ja 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 mach ich ich habe 35 dias ne 35 ja ja auf einmal 17 auf einmal 17 nein 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 wohohoho martin da kann ich nichts für man ja ich hab's gesehen ein davon habe ich gesehen ich muss hier bin und somit kommt auch noch der hat keinen kopf aber ein gut du hast ein zombie ich hätte was gedötet alter ich sollte mich mal zurück verwandeln sonst verbrenne ich gleich noch kannst du das auch außerhalb mal bitte machen außerhalb von meinem ding jetzt hier 19 eisen für dich warte mal kummer martin 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 ja oh sorry ich wollte mich gerade verwandeln sorry haben mich verwandelt ist ja ekelig warte mal kennst du den schon oh du bist doch ein behindertes kind alter jetzt mal ohne witz ich komm nicht durch meine tür durch war das tut mir voll leid ich sag's dir also wir stehen jetzt im krieg ne nur so zu infos deine ganzen sachen ab jetzt ja nein fuh jetzt kommt nein ich helfe dir ficken 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 du bist du ein creeper nein ich bin eine kuh da ist ein creeper mit irgendwelchen ohren auf dem stück ich bin für muhi ficken warum ist hier denn kein dingens da ich habe beide creeper getötet jo danke was wollte ich sagen warum ist denn da kein grabstein gespawnt weil ich den gerade weg gemacht habe und wollte gucken was passiert martin ich gebe dir mal was irgendjemand hier ist eine fledermaus das bin ich scheiß skelett alter martin du hast was verloren was hier man hier redstone buch kohle hattest du noch ich gebe dir das sind meine junge das ist die rache das war ja nicht extra wenn du dich vor mich stellst du hast mein grundstück kaputt gemacht das war ja danke gerne so jetzt will ich mir hier mal ordentliche sachen zusammen kraften was habe ich denn hier ich habe kupferbarren kann man aus kupferbarren keine sachen machen weiß ich nicht ich habe nämlich unnormal viel kupfer ich auch ich habe ich habe das extra abgebaut alter man kann man jetzt ernsthaft nichts draus machen aus zinn auch nicht was schon los ich dachte man konnte was daraus machen oha ich habe heute alter ich habe keine ahnung wieviel stacks zinn ich habe auch voll gut was am zinn hast du schon eine fledermaus getötet eigentlich leider nicht leider nein leider gar nicht irgendwie viel redstone du hast als behindert wieso bist du an meiner kiste nein ich bin nicht an deiner kiste das hast du mir gerade alles gegeben ach so ja egal ich habe eh genug das lag auf meinem grundstück das habe ich in meinem grundstück gefunden so hier eisen jetzt halt das natürlich alles weggepackt hier guck mal das ist ein huhn freshlake ist ein huhn hallo ich bin gerade mit dem huhn unterwegs so eisenbarren ähm achse brauche ich so jetzt kann ich immer ein bisschen äh vampire star ey ach nö hier ist so ein riesenbaum bei mir ah jetzt muss ich den ganz abbauen ey fickt euch ficken ah jetzt muss ich da extra ganz hoch noch hier ist eine riesengroße schlucht und hier ist niemand gibt alter matten ja diese dias an der wand und einer schlucht und das ist kein grundstück hohoho bring mir mal her ja oh gott sind hier viele alter bring her schön oder lassen wir welche übrig wie viele erz hier sind ich gibt dir äh ich geb dir mal gucken wie viel ich finde dann gebe ich dir was davon ja ja danke oh ist das ekelig man was ist das denn weidenlaub ach du scheiße oh leute das sind richtig viele ich geb dir davon die hälfte ja ok danke oh gott sind das viele alter und hier war einfach niemand nein und es ist kein grundstück kein grundstück nein und hier ist so viel eisen auch ich bring dich da gleich hin dann kannst du das eisen abmachen ja gerne gott wie viel dias habe ich 5 du kriegst 3 ah hier sind noch mehr alter abodon stehen creeper bei meinem haus äh bei meinem haus sag ich schon bei meinem grundstück oh gott das sind richtig viele dias oh gott nein was geht der denn in die luft alter martin du hast es nicht so mit den creepern ne irgendwie diese aufnahme nicht ich habe 17 dias 17 ja ja abo und das ist eine schlucht die direkt neben 3 geessen liegt 2 weißt du was ich habe 14 setzlinge abo er geht ab ich mach nochmal ein bisschen gold ab jo mach das ich verwandle mich mal zurück in mich selber so weißt du was cool wäre wenn man sich verwandeln würde so in so ein tier oder so und dann auch noch die lustung an hätte ja das sähe aber ein bisschen scheiße aus ja ich weiß aber wer das so optimiert das wäre geil klar oh abo so viele setzlinge so viel holz oh da ist der papa happy ähm ich muss ja wieder sachen wegwerfen ne weinen setzlinge fickt euch euch will ich nicht ähm ähm ich bin gerade im überlegen wie ich mein haus umsetze also das bauen meines hauses okay aber naja das machen wir in der nächsten folge bis denn tüdülü 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 tüdülü